Das ist ein Wunsch, den ich ganz oft gehört habe. Geben Sie doch mal ein Beispiel für den Ablauf eines Vorstellungsgespräches. Zeigen Sie mal, was die richtigen Antworten im Vorstellungsgespräch sind und die falschen, die richtigen Verhaltensweisen und die falschen. Genau das werde ich jetzt machen. Sie bekommen ein Beispiel. Ich tue so, als wäre ich in einem Vorstellungsgespräch. Sie können lernen, was ich falsch und was ich richtig mache und dann bei Ihrem Vorstellungsgespräch punkten. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel für ein Vorstellungsgespräch. Ich zeige Ihnen erst, wie man es nicht machen sollte und dann gebe ich Ihnen Ansätze in die Hand, wie Sie es besser machen. Stellen Sie sich vor, ich habe mich als Redakteur bei einer großen deutschen Zeitschrift beworben. Ich bin gelernter Journalist, tatsächlich. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Bestseller geschrieben und etliche Leute kennen mich als Karriereberater. Das ist so die Basis, das Pfund, mit dem ich wuchern kann. Ich habe mich in einer Wirtschaftsredaktion beworben. Stellen Sie sich das mal so in etwa vor. Jetzt komme ich in das Gespräch rein, in den Raum rein und da sind zwei Menschen. Das eine ist der Chefredakteur, das ist der Herr Müller, das andere ist die Personalerin, die Frau Meier. Und ich eile auf die Frau Meier zu und sage, hallo Frau Meier, Martin Werle mein Name und hallo Herr Müller, Martin Werle mein Name. Jetzt habe ich vielleicht schon drei Fehler begangen. Wissen Sie, welche drei Fehler das sind? Achten Sie auf die Reihenfolge der Begrüßung. Ich muss laut Knigge nach Hierarchie grüßen und der Chefredakteur steht über der Personalerin. Also hätte ich erst den Chefredakteur begrüßen müssen und dann die Personalerin. Zweitens habe ich zwar meinen Namen genannt, aber ich habe den beiden einfach nur Hallo gesagt, ohne ihren Namen auszusprechen. Der Name eines Menschen ist für ihn das wichtigste Wort der Welt und es ist ein Gebot der Höflichkeit und auch der guten Vorbereitung, dass ich diese beiden jeweils mit ihrem Namen begrüße. Dann wäre es besser gewesen. Und was ist der dritte Fehler, werden Sie mich fragen? Naja, dass ich einfach so Hallo sage, ist der formellen Situation nicht so ganz angemessen. Guten Tag wäre in dieser Situation besser und sicherer gewesen. Wenn die mich mit Hallo begrüßen, kann ich auch mit Hallo antworten. Aber da ich der Gast bin, muss ich mich nach ihren Spielregeln richten. Das war die erste Phase des Vorstellungsgesprächs, die Begrüßung. Jetzt sind wir bei der zweiten und das ist der Smalltalk. Was sagt man denn bloß, wenn man da mit wildfremden Menschen zusammensitzt? Also ich finde es ganz gut, wenn Sie da nicht die üblichen Phrasen dreschen. Ich könnte ja sagen, ja, die Anfahrt war ein bisschen Stau und so weiter und ich habe es gut gefunden. Das sind alles Plattheiten. Das sind alles Peinlichkeiten. Besser ist es, wenn ich im Smalltalk schon eine Botschaft über mich und über meine gute Vorbereitung platziere. Zum Beispiel könnte ich, wenn ich über diesen Chefredakteur neulich ein Porträt in einer Zeitschrift gelesen habe, zum Beispiel könnte ich sagen, Herr Müller, neulich habe ich ja das Porträt über Sie gelesen im Handelsblatt und da wurde Ihr Büro beschrieben und ich bin gerade ganz fasziniert, dass das Gemälde da drüben in der Ecke so genau von dem Kollegen getroffen wurde. Hat er wirklich sehr präzise beschrieben. Warum ist das gut, was ich da sage? Die eigentliche Botschaft ist ja die, ich habe mich auf dieses Gespräch vorbereitet, ich habe etwas gelesen und zugleich wird es dem Chefredakteur natürlich gefallen, dass ich dieses Porträt über ihn, er ist sich selber wichtig, noch so gut im Kopf habe. Das ist ein guter Smalltalk. Ebenso hätte ich darüber berichten können, dass ich mit einem großen Vorlauf angereist bin, weil ich das immer so mache, weil es mir wichtig ist, dass ich pünktlich bin, dass ich zuverlässig bin und dass ich entspannt in einen Termin reinkomme. Auch dann habe ich wieder eine Botschaft über mich selber gesetzt. Jetzt sind wir bei der nächsten Phase im Vorstellungsgespräch der Selbstpräsentation. Also man wird mich bitten, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich, Herr Werle. Jetzt mache ich es Ihnen erst wieder negativ vor. Ich könnte also sagen, ja, mein Name ist also Martin Werle und ich habe die Realschule besucht in Titisee Neustadt und habe dann eine Lehre im Verwaltungsdienst gemacht und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur und dann. Das ist sterbenslangweilig. Und die haben mich nicht eingeladen, weil ich irgendwann mal die Realschule besucht und den zweiten Bildungsweg gegangen bin, sondern die haben mich eingeladen, weil ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren etwas getan habe, was für die interessant ist. Und daran muss ich andocken. Ich muss mich also fragen, was interessiert die am meisten und darauf muss ich eingehen. Also angenommen, es hat eine Stellenausschreibung gegeben, auf die könnte ich natürlich eingehen. Ich könnte bei meiner Selbstbeschreibung, bei meiner Selbstpräsentation wie folgt beginnen. Ich habe ja in Ihrer Stellenausschreibung gelesen, dass Sie einen Experten in Karrierefragen suchen und da kann ich Ihnen 10 Jahre Erfahrung, 15 Jahre Erfahrung mittlerweile mitbringen, die ich als Karriereberater gesammelt habe. Ich habe in dieser Zeit über 30 Bücher veröffentlicht, darunter waren sieben Spiegel-Bestseller und ich glaube, es wäre für Ihr Blatt so richtig gut, wenn Sie einen Autor hätten, den eben schon viele Leser kennen und ich kann Ihnen die Kenntnis mitbringen, die ich aus meiner Praxis als Karriereberater gesammelt habe. Das heißt, Sie hätten in mir nicht nur einen Journalisten, der über das Thema schreibt, sondern einen, der im Thema drin ist und aus dem Thema kommt. Ich habe ja gesehen, dass Sie Personal aufstocken wollen, dass Sie Personal suchen und dass derjenige, der die Stelle bekleidet, auch einstellen soll, da kann ich Ihnen fundierte Erfahrungen mitbringen. Ich habe für einen MDAX-Konzern mehrere Abteilungen aufgebaut. Ich weiß also, wie Personalauswahl funktioniert und es wäre mir eine Freude, diese Kenntnisse für Sie einzubringen, denn ich habe ja gesehen, dass Ihr Online-Bereich stark am Wachsen ist und da ich eine Online-Redaktion geleitet habe, glaube ich, kann ich da auch großen fachlichen Input einbringen. Also Sie merken, was ich in dieser Selbstpräsentation mache. Ich greife Anforderungen aus der Stellenausschreibung auf und ich bringe sie in Einklang. Ich suche die Schnittfläche zu meiner persönlichen beruflichen Vita. Und alles, was damit nichts zu tun hat, all das werde ich weglassen. Ich war zum Beispiel mal Redakteur bei einer Angelzeitschrift. Das werde ich hier aber nicht an die große Glocke hängen, weil die Überschneidung zwischen Wirtschafts- und Angelthemen gering ist. Dafür werde ich natürlich betonen, dass ich die letzten 15 Jahre oder mehr als 15 Jahre mit Karriere-Themen arbeite, dass ich erfolgreiche Bücher schreibe. Da sehen die ihren Vorteil drin. Das heißt, ich versuche immer wieder, auf meine Gesprächspartner einzugehen. Jetzt kommt das negative Beispiel, wie ich meine Selbstpräsentation beende. Ja, das war es jetzt, was ich über mich zu sagen hatte. Tja, das klingt so, als wäre jetzt das Gespräch gelaufen. Klüger wäre es, das so zu machen. Das waren die Punkte, die ich jetzt für die wichtigsten hielt. Vielleicht mögen Sie mir ein paar Fragen dazu stellen, was Sie am meisten interessiert und was ich noch vertiefen darf. Damit spiele ich den Ball den anderen zu. Damit bekomme ich Anhaltspunkte, was interessiert die am meisten. Und damit kann ich genau das vertiefen, was meinen Gesprächspartnern wichtig ist. Und auf dieser Basis habe ich natürlich deutlich bessere Aussichten, als wenn ich nur rate, was die interessieren könnte. Jetzt möchte ich auch ein paar Fragen durchgehen, wie Sie typischerweise kommen. Drei klassische Fragen. Ich gebe Ihnen Beispiele für schlechte und für gute Antworten. Frage Nummer eins. Warum wollen Sie ausgerechnet bei uns anfangen? Jetzt könnte ich sagen, schlechtes Beispiel. Naja, ich bin jetzt schon lange Freiberufler und ich finde die Sicherheit in einem Unternehmen wie dem Iren, in so einem gut aufgestellten Verlag, die finde ich schon sehr attraktiv. Ich weiß auch, dass bei Ihnen die Führungskräfte und auch die leitenden Redakteure sichere und langjährige Arbeitsverhältnisse haben. Und alles, was ich jetzt sage, mag zwar wahr sein und mag dem Unternehmen auch einen Hauch schmeicheln, aber ich gebe ja zu erkennen, dass es egoistische Motive sind. Ich suche den sicheren Hafen, aber was hat eigentlich diese Firma davon? Es bleibt völlig offen. Also die richtig gute Antwort, warum ausgerechnet bei uns anfangen ist die, ich habe mir angeschaut, was Ihr Unternehmen macht. Sie sind also im Wirtschaftssegment tätig. Da bringe ich fundierte Erfahrungen mit als Karriereberater, als Buchautor. Ich habe gesehen, Sie bauen Ihren Online-Sektor aus. Da bringe ich Ihnen die Erfahrung mit aus der Leitung einer Online-Redaktion. Und so würde ich dann in diese Antwort immer wieder in Übereinstimmung bringen, was die suchen, was ich biete. Und dann ist es für die eine schlüssige Erklärung. Also probieren Sie immer, den Vorteil des Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen. Zweite Frage. Was ist Ihre größte Schwäche? Schlechtes Beispiel für eine miese Antwort. Naja, ich gebe es zu, ich schreibe zwar viele Bücher, aber gelegentlich habe ich auch mal eine Schreibhemmung. Das stimmt auch. Ich habe tatsächlich gelegentlich Schreibhemmung, hat fast jeder, der schreibt. Aber wenn ich das so sage, wirkt es für die extrem abschreckend. Denn die schicken mich irgendwo zu einem Kongress. Ich soll eine Reportage liefern. Die soll am nächsten Tag im Blatt sein. Und wenn ich dann zufällig eine Schreibhemmung habe, dann wird es nichts. Ich sollte also eine Schwäche wählen, die weiter weg ist vom Kern der Aufgabe. Idealerweise eine Schwäche, die ich auch schon ein Stück weit überwunden habe. Ich könnte zum Beispiel sagen, wissen Sie, in der Schule war ich immer ein zurückhaltender Mensch. Ich habe mich wenig gemeldet und es ist mir schwer gefallen, vor einer Gruppe zu sprechen. Und auch heute noch tue ich mich damit etwas schwerer als extrovertierte Menschen. Es ist immer noch eine kleine Schwäche. Nur habe ich Taktiken entwickelt, wie ich mich wirklich dazu ermutige, Vorgruppen zu sprechen. Ich bereite mich also sehr gut vor und ich habe da auch große Erfolge damit. Zum Beispiel war ich als Redner und jetzt erzähle ich, was ich als Redner bewirkt habe. Ich habe jetzt nicht gelogen, ich habe eine wahre Schwäche genannt, aber als Botschaft bleibt doch hängen, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und dass ich der Firma einen Vorteil biete. Das ist die viel klügere Antwort auf die Schwächenfrage. Jetzt kommt die dritte Frage. Welches war der größte Fehler Ihres Lebens? Jetzt könnte ich sagen, naja, in dem MDAX-Konzern, in dem ich gearbeitet habe, da habe ich mal ein Projekt so richtig in den Sand gesetzt, weil das und das und das ist passiert. Das wäre jetzt vielleicht ehrlich, aber wenn ich das so sage, dann fürchten die ja, dass der Bruchpilot von damals der Bruchpilot von heute ist und auch in diesem Unternehmen etwas in den Sand setzt. Diese Frage, die erkundet vielmehr meine diplomatischen Fähigkeiten und hier könnte ich eine Antwort wählen, die weiter in der Vergangenheit liegt. Ich könnte zum Beispiel sagen, damals als ich aus der Schule kam, hatte ich den Traum, Journalist zu werden, aber ich habe noch nicht den Mut gehabt. Darum habe ich dann eine Ausbildung im Verwaltungsdienst gemacht damals. Das war für mich völlig das Falsche. Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich direkt den Journalismus anstreben. Andererseits hat mir natürlich diese Ausbildung auch später gezeigt, wie glücklich ich mich schätzen darf, dass ich mit dem Schreiben, mit dem Formulieren mein Geld verdiene und so weiter und so weiter. Sie merken es, ich verlege den Fehler weit in die Vergangenheit und ich rücke vor allen Dingen die Leere aus diesem Fehler ins Schaufenster. Damit hat diese Antwort viel mehr Wirkung, als wenn ich einen tatsächlichen kapitalen Fehler nenne. Und jetzt kommen wir noch auf den letzten Punkt zu sprechen, auf die Verabschiedung im Vorstellungsgespräch. Ich gebe Ihnen erst wieder das Negativbeispiel. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und Ihnen auch und Tschüss und wieder bin ich weg. Was ist falsch gelaufen? Sie haben es gemerkt, natürlich, ich hätte die Namen der Gesprächspartner noch einmal verwenden können. Und ich fände es jetzt gut zu sagen, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Ich fand es richtig toll, dass Sie mich zum Beispiel auch gefragt haben, wie ich damals den Reportagepreis der Akademie für Publizistik gewonnen habe. Da habe ich gemerkt, Sie haben sich eingehend mit meiner Vita befasst. Auch vielen Dank für diese gute Vorbereitung. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Können Sie schon in etwa sagen, bis wann Sie eine Entscheidung fällen? Also ich vermittle die Freude, die Wertschätzung betreffend des Gesprächs. Aber ich will auch herausfinden, bis wann höre ich was. Ich will eine gewisse Verbindlichkeit herstellen. Jetzt gehe ich aus dem Gespräch raus, jetzt fahre ich nach Hause. Und das negative Beispiel, das jetzt noch folgt, ist, ich lege die Füße hoch und warte, bis was passiert. Das würde ich nicht tun. Ich würde jetzt eine Dankes-Mail schreiben. Ich würde nochmal auf das Gespräch eingehen. Und ich würde nochmal unterstreichen, warum ich glaube, zu dieser Stelle gut zu passen und warum ich einen positiven Eindruck gewonnen habe. Und jetzt haben Sie mal ein Beispiel, wie man es nicht machen soll und wie man es machen soll. Wenn Sie das vertiefen wollen, schauen Sie gerne in meinen großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da sind all meine Tricks zum Bewerbungsschreiben, zum Vorstellungsgespräch, zur Jobsuche drin. Ich bin so überzeugt davon, dass ich Ihnen eine Erfolgsgarantie gebe. Klicken Sie mal die kostenlose Probe. Bitte Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefällt. Legen Sie Playlists an, teilen Sie das Video. Und am meisten freue ich mich, wenn Sie hier wieder auf dem Kanal vorbeischauen und ihn abonnieren, Ihr Martin Berle.